Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das erzählte Jesus über sich selbst. Einmal fragte Thomas Jesus, Kannst du uns den Weg zu Gott zeigen? Jesus erklärte ihm, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann keiner zu Gott, dem Vater, kommen. Wenn ihr mich kennt, kennt ihr auch meinen Vater. Philippus meinte, Jesus, zeig uns den Vater. Philippus, du bist jetzt schon so lange mit mir unterwegs und weißt es immer noch nicht? Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Glaubst du denn immer noch nicht, dass ich mit dem Vater verbunden bin und ihn auf der Erde repräsentiere? Ich tue doch nichts aus meiner eigenen Kraft. Ich frage immer Gott den Vater, was er vorhat und das tue ich dann. Wenn ihr mir vertraut, werdet auch ihr Dinge tun, die euch der Vater aufträgt. Ihr werdet sogar noch beeindruckendere Dinge tun, als ich sie getan habe. Gott, aber das er die Vater! Bis zum nächsten Mal.